Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute wieder Golfit. Mit dabei ist Muffin the Killer und der Iceman. Hallo. Man kann dann den Steinen abprallen. Ja. Äh. Das war wohl nix. So. Ja, 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 komm. Ja, geil. Pa. Ich krieg jetzt mal sechs Schläge hin. Ja, das holst du im Late Game ja eh wieder raus. So. Nein, das offen. Oh, fuck. Da ist auch offen. Ha, ha, ha. Schadenfreude ist immer die schönste Freude. Ich hab dich nun nachgeerbt. Okay, cool. Oh, 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 oh. 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 Big Shack. Das ist cool. Unter uns. Äh, ja gut. Kann man auch machen. Lenn, Lenn, Lenn. Ja, immer. Oh, fuck. Das ist auch mal geil. Das kann man auch machen. Wo ist denn das Loch überhaupt? Da oben. Was? Du hast doch eben selbst gesagt. Warte mal. Wo ist das Loch überhaupt? Oh, Gott, Digga. Aber es gibt Stuten und es gibt drei Loch Stuten, Karin. Stuten? Stuten und drei Loch Stuten. Okay. Weiß jetzt nicht, was du von mir willst. Kein Problem. Wenn du älter bist, wirst du es verstehen. Alles klar. Lenn, doch. Wie behindert ist das denn? Hä? Wo ist das Drecksloch am in der Kolben? Neu. Wo ist die jetzt zurück, Junge? Das dachte ich... Neu, warte mal, was? Komm, 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 komm. Oh ja, komm, bleib da liegen. Oh, fuck, nein. Nein. So. Oh, doch nicht zurückdrücken, du Pussy. Ich bin drin. Ich bin auch drin. Ich hab mich aus der Mitte einfach über dieses kleine Ding da rausgeholt. Ja, wow. Wow. Mal gesehen. Kannst du mich mal die ganze... Oh, Gott. Dö. Ich hab böse Smilies. Oh, I love you. I never know. Oh, I love you so. Oh, Gott. Oh, I love you. I never know. Raw sauce. Just sauce. Das macht mich meinen Sinn totalisch. Hä? Was macht heutzutage noch Sinn? Oh, Gott. Oh, ich komm da auch nicht, du. Just sauce. Raw sauce. Kanone. Ja, aber wenn ich in der Kanone bin, weiß ich nicht, wo ich hin muss. Oh, fuck. In die nächste Kanone, direkt hinter deinem Gebüsch. Ich muss in die nächste Kanone... Was soll die... Oh, ja, endlich hab ich's geschafft. Da komm ich nicht durch. Durch die Kanone. Ja, aber wo muss ich... Ah, ja. Ach, ja. Boah, ist das ranzig, Junge. Gott. Hi. Ciao. Hä? Wo bin ich hier schon wieder? Wo bin ich hier schon wieder? Weiß ich nicht. Ja, aber du musst direkt hinten links an die Kante. Oben an die Kanone rein. Oh. Da musst du rechts ins Fenster. Rechts ins Fenster. Ja? Ja, da hinten. Ja, gut. Das war... Du hast 20 Sekunden, gib Gas. Weiß ich nicht. 19. 18. 15. Ja. Ich schaff das. 10. 10. 10. 9. 8. 8. Alles easy. Ich schaff das schaffte. Ey, trotzdem hat Karimäßschläge gebraucht. Ja. Abkürzung? Versuchs. Lieber nicht. Die Abkürzung über das Ding wollte ich auch nicht nehmen. 01. Urgh!! Herh. Ups. Arduino. Ja, ein bisschen. Dezent. Oh, lol. Hey, wo ist denn die scheiß Flagge? Du bist einmal ganz rum. Ja, ich sehe sie gerade. Ich bin fast zum Anfang zurück. What the f... Fuck. Die Flagge ist in dem scheiß Haus drin. Weiß ich. Ich versuche auch gerade abzukürzen, aber ich war ein bisschen zu weit. Okay, das war zu doll. War zu langsam. War viel zu doll. Wir gehen einfach nach Jamaika irgendwie. Ist das hier nicht die Insel von Jamaika? Ich weiß nicht. Ach du Scheiße, ist das Assi. Ich habe zu viele Schläge gebraucht. Oh, lol. Oh, oh, oh. Ach. Auf den letzten Schlag. Ja auch. Aber ist das jetzt irgendwie nicht anschlussvoll? Nein. Die Winze ist niemals das Richtige. Nein. Muss man dann hier hin? Äh. Ach, nö. Kanone schon wieder, ey. Äh. Bin ich? Ich bin im Lauf. Links oder rechts? Durch welches bist du gegangen? Rechts. Und danach hin? In die Kanone? Ja, ich auch. Und dann ist da ein Brett. Mit dem ist es auch richtig. Sind doch einfach... Und dann da rechts mit der Ecke ist die Kanone. Und dann musst du mit der Kanone auf die grüne Zielschame schießen. Und dann bist du eigentlich schon fast da. Ja. Ja. Äh. Okay. Warst du schon außer auf Strokes oder was? Ja, ich hab mich kurz außer auf Strokes gedrückt. Achso. Hab ich schon gewundert. Jo, was geht? Halleluja. Ach, was ist das denn? Ach du Scheiße. Ja, genau. Ja, Rap. Yay. Bogey. 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 Oh. Ja, gut. Weil ihr für das Feld an, hab ich gehört. Das kriegt Pech, hab ich gehört, wenn man das sagt. Mit 10 Punkten Abstand. What the fuck. Ja. Weil ihr abkürzen wollt. Ähm. Ah, ich weiß, wie der Weg ist. Ach, Scheiße. Ich bin 10. Schön. So, dieses Fass hat mir grad den Arsch gerettet, Alter. Nicht jetzt. Das reicht nicht. Jetzt aber. Nein. Nein. Auch nicht. Ach du ein Drecks-Game, Alter. What the fuck. Das Game hasst mich. Jetzt aber. Ja. Schön. Sehr gut. Wow. Warum nicht gleich so? Das kann mich kaum nicht mehr einhalten. Oh, Leute. Oh, Leute. Ich hab's. Was ist übertrieben? Oh, Leute. Nicht, glaub ich. Oh, verdammte Scheiße, Alter. Ab nach Timbuktu. Ich mach's. Ich mach's. Ich mach's kaum. Ich mach's kaum. Ich hab's 1% weniger gemacht. Und bin auf einmal zu langsam, oder was? Ich spiel's doch behindert, Alter. Ja, echt jetzt? Wenn LJ hier ist, lass mal schwarzlicht Minigolfen gehen. Ja, lass mal machen. Wollten wir nicht in so'n Escape-Room? LJ ist hier, ne? Was? Wollten wir nicht in so'n Escape-Room? Doch, das wollten wir auch. Ja. Ich raste aus. Weil dann würde ich das die Tage buchen. Oh, ja! Oh. Loil. Warum nicht gleich so, Alter? Weil du zu schlecht dafür bist. Wie, 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 wie? Aber wenn wir im Escape-Room sind, dann sag ich jetzt schon Shotgun, Karim ist Bait. Was? Ja, wenn wir ein Bait brauchen, irgendwie ein Opfer oder so, was wir bringen müssen, dann ist das Karim. Nein, das kannst du knicken. Das ist gemein. Du bist das Opfer, LJ. Nicht für ihn. Warum ist das gemein? Sondern auf die Ausrede. Auf mich, Karim und LJ. Ja, sehr gut. Dann bin ich ja schon mal nicht das Opfer. Ist jetzt einfach, ist jetzt einfach betraut, dass wir den, äh, dass wir die... Dass, wenn wir in einem Escape-Room sind, dass wir, wenn wir ein Opfer bringen müssen, die Intelligenz aber beibehalten müssen. Dementsprechend müsste Karim raus. Stopp. Ich bin ich das leichteste Level. Dann können wir sogar Karim nur brauchen. LOL! Du sagst mir, ich bin böse. Nach so einer Aussage, alles klar. Äh. Malen, das war nicht nett. Ich hab gesagt, Karim ist ein sehr sympathisches Spiel. Hast du es jetzt gelogen? Nee. Das ist nicht gelogen. Ich bin so anders gepackt. Aha. Ich bleib mal genau auf der Karte liegen. Ja, Mann. Ich spring jetzt mal rüber. Karim, ich lag grad 2 auf der Kante. Du schüppelt 90% des Balles, weil ich bei der Kante. Ja, aber nur 90%, ne? Okay. Die Langliste fürs Ende steht schon fertig. Ja, ich bin der Letzter. Ja. Triple Bogey. Es sei, ich reiß jetzt noch ein paar Dinger, ne? Das ist cool. Ich hab keine Ahnung. Wir müssen... Dauer. Dauer. Nicht ganz, nein. Ah, ich glaub ich weiß, was das ist. Äh, was war das denn? Wir müssen... Ja, den Schlag noch mal. Ich weiß nicht, was das ist. Warte, dahinter, ich seh's. Ich hab's auch gesehen, ja. Hä? Oh, Gott. So, bleib da liegen. Ja, genau da. Hi, Marleen. Hi, Lenu. Na, du? Na? Ach, du auch hier? Ja, genau das, was du gerade machst, wollte ich auch machen. War cool. Ja, mach ich das auch mal. Alter, dieses Spiel ist mir immer so hart verbuggt. Bogey. Nein. Ah. 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 Oh, das ist ja. Nip. Nope. Yep. Nope. Oh, scheiße. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das nochmal? Scheiße. Äh. Was? Bist du drinne? Ich bin oben aus der Mapros geflogen. Maffen, da stehst du gut. Ich fühle dich hier richtig, richtig geil. Ja. Jetzt aber. Boah. Also, Lenu, ne? Noch neun Schläge, ne? Dann hast du mich. Was? Ja, Marleen. Geil. Ja. Da wollte ich hin. Ja. Ganz nach hinten. Lenu hat durchgedrückt. Hm. Nein, hab ich nicht. Hast du nichts, was außer aus, 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 aus. Was? Ja. Oh, nein. Oh, zu langsam. Len, du kannst durchzählen. Ich war schon oben. Wie, du bist schon oben? Ja, ich war schon oben. Ach, du warst schon oben? Ja, ich bin bloß drüber weggesprungen und durchs Loch hinten wieder runter. Ach so, ach so, da wo ich grad fast rein, ach so, ja gut. Wie, sie hat, wie, hole in one. Marleen. Nicht dein Ernst. Was ist das? Ja, ja, genau. Ach Gott. Ja, ja, da ist schön von Skills geredet und hast du drüber weggesprungen. Ja, ist echt so. Marleen, schäm dich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dann bewegt die Maus nicht mal einen Zentimeter und er bald fliegt, als wäre er. Richtig. Als wäre er von einer Hölisten gestochen worden. Oh Gott. Oder so. Oh Gott. Oh Gott. Pikachu Donnershock. Oh Gott. Oh Gott. Ach Karim. Aber wir nehmen nicht die Scheiße. Tackle. War nicht sehr effektiv. Tackle, wir haben keine Kollision. Ich nehme lieber... Pikachu, Donnerwelle. Ja, schön. Das war sehr effektiv. Was jetzt? Äh. 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 Ach du Sch... Lol. Ey, das ist doch ein Witz. Wo komme ich denn raus? Du wirst ganz schön scheiße rausgekommen, ja. Toll. Wow. Loll. Der... 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 Oh Gott. Ich hab so das Gefühl, man darf nicht zu doll. Richtig. Äh. Oh fuck. Der zweite war zu doll. Kann man hinten runterfallen? Wenn du zu doll machst, ja Ja Ich dachte, da hinten ist keine Bande Achso, nee, das nicht Hätte ich das sagen sollen Ciao Ja, gut Ich bin auf jeden Fall letzter bleiben Da steht fest Ich hab doch eben schon gesagt Die Leaks sind fest Ich glaub, hier kann man abkürzen Ja Oh Gott Bitches Lulu Lululululu Oh Schade, echt schade Ich bin durch Bist du das? Das ich das vorhin so verkackt habe Ich verkack's halt immer noch Danke Danke wow oh wow big shock boom ah boom auf jeden fall leute danke fürs zuschauen ja wir sehen uns beim nächsten video ja